Herzlich Willkommen, John Beaulieu, zu unserem Interview. Ich freue mich, Sie im IHK grüßen zu dürfen und heiße auch ganz herzlich Ihren Übersetzterleiter Willkommen, Bokat Bim. Welcome John, it's a pleasure for a second year. I also welcome your translator, Bokat Bim. Können Sie kurz beschreiben, worum es bei Kleinheilung bestimmt gar nicht geht? Could you briefly describe what Biosonics Sound Hearing is about? Biosonics is about... The word Biosonics means bio, which is life, and sonics, which is sound. So we're about life and sound, and basically making everybody's life better with sound. Das Wort Biosonics setzt sich aus bio und sonic zusammen, bio, wie das Leben, sonic, wie der Klang, und es geht uns darum, in unserer Arbeit mit Biosonics eben das Leben zu verbessern durch Klang. Good, und wie sind Sie dazu gekommen? How did you discover the method? I discovered Biosonics in a room that's completely silent and completely dark. Ich habe die Arbeit entdeckt, als ich in einem Schall, toten, schalldichten, völlig dunklen Raum gesessen bin. I was in, it's called an anechoic chamber. Eine nicht-echo, eine schalldichte Kammer nennt sich das. Und ich habe im Labor gearbeitet, als klinischer Forscher, damals, zu der Zeit. Ich saß, setzte mich in diesen Raum hinein. Und ich hörte vielerlei Geräusche, vielerlei Klänge, obwohl es eigentlich vollkommen hätte still sein müssen. Sie alle kamen aus meinem eigenen Körper heraus. Ich habe mir Gedanken darüber, über diese Klänge gemacht, ich meditierte darüber. Und der Klang meines eigenen Nervensystems war etwas, was mich sehr fasziniert hat. Und ich habe dann festgestellt und gelernt, dass ich mein eigenes Nervensystem mit Hilfe von Stimmgabeln stimmen kann. Damals war ich der Oberarzt in der Psychiatrischen Abteilung des Bellevue Psychiatrischen Hospitals in New York. Und jeder braucht Stimmung in New York. Und das war 1974. Das war 1974. Wow. Okay, und was können Ihre Teilnehmer für sich mit nach Hause nehmen? Was werden Sie im Kurs gelernt haben? Was können Sie umsetzen? What would you like the participants to take home with them? What is the goal of the seminar? Das Ziel ist dabei, dass die Teilnehmer wirklich einfache Wege mitnehmen, wie sie mit Klang arbeiten können in ihrem Leben oder in der Praxis. Die basieren auf sehr gut dokumentierten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, Dinge, die sie in ihr Leben mit einfließen lassen können und auch in die berufliche Arbeit, um beide Teile eher zu verbessern. Gibt es ein bestimmtes Ereignis aus einem früheren Kurs, an das Sie gerne zurückdenken? Do you remember a special situation in the previous course you would like to share with us? Yes, I remember a special situation in every course. Ja, es ist speziell in jedem Kurs. Es gibt eine Situation in dieser Art und Weise. Wir schlagen Stimmgabeln an und manchmal schlägt die ganze Gruppe dabei die Stimmgabeln aneinander und dann sie also zuvor sehr bruselig aktiv gewesen waren und ganz plötzlich ein Moment der tiefen Stille auftaucht. Und ich mich selbst und mit der ganzen Gruppe diese tiefe Stille teilen kann. Jede Gruppe hat ihre eigene Persönlichkeit und trotzdem wird die Stille diese Gruppe umschließen. Das ist immer der Besonderste Moment, der am Besondersten für mich ist. Was inspiriert Sie immer wieder? Was ist Ihre continuous source of inspiration in your life? My continuous source of inspiration is the people I work with. Die Menschen, mit denen ich arbeite, das ist die andauernde Quelle meiner Inspiration. Ich bin in den heilenden Künsten seit 47 Jahren tätig. Ich habe tausende von Patienten gesehen und Studenten. Sie fahren fort, damit mich zu inspirieren und zu überraschen. Und wenn Menschen erfolgreich sind und sie in die Richtung sich entwickeln, die sie wirklich einschlagen möchten, macht mich das sehr glücklich. Gibt es noch irgendwas, was Sie mit uns teilen wollen? Ich bin im Moment sehr glücklich, in Deutschland zu sein. Ich bin glücklich, mit Ihnen zu sein. Und ich bin glücklich, heute bei Ihnen zu sein und mich daran erinnert zu haben, das Interview mit Ihnen zu machen. Ich genieße es. Und es ist ein Ehre für mich, hier an dieser Schule zu sein und zu lehren. Lehren zu dürfen. Und in der Lage zu sein, das zu teilen, was ich am liebsten mache. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen und für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.